Yo Leute, ein ganz herzliches Willkommen zu der Bestrafung der Clash of Clans Challenge. Der Clash of Clans Challenge. Und zwar habe ich gegen den GFG eine Challenge gemacht. Und zwar, wer schafft mit 200 Barbaren beim ersten Gegner, den man findet, mehr Prozent? GFG hat 85% geschafft, ich habe 35% geschafft oder so ähnlich. Auf jeden Fall deutlich. Und die Bestrafung, die Bestrafung ist einfach so ein Teelöffel, Esslöffel, ne, das ist ein Teelöffel. Wie so ein, alter, kann man es mal richtig drauf zeigen hier. Ein Teelöffel Senf, das sieht einfach gar nicht wie Senf aus in der Kamera. Auf jeden Fall ist das, wie das dieser Tube hier. Leider hatte ich nur mittelscharfen Senf, hier mittelscharfer Senf. Ich wollte eigentlich den GFG ganz scharfen, aber hatten wir leider, hatte ich leider keinen da oder hatten, ja, war leider keiner da. Und deswegen gibt es den Löffel, ich bin halt schwer, also ihr seht es nicht ganz so gut, aber der ist auf jeden Fall gut voll. Der ist, der ist, der ist schon hier gefüllt. Und diesen Löffel muss ich essen und ja. So soll ich bestrafen, wenn ihr jetzt mal öfter kommt, vielleicht mal, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir in den Kommentar schreiben. So bestrafen halt nicht bei Clash selber, sondern halt so jetzt, sag ich mal hier so halt, wo ich irgendwas essen muss. Irgendwie sowas. War eine andere Art von bestrafen. Könnt ihr mal reinschauen, ob ihr auf sowas mehr Bock habt. Vielleicht werden wir dann irgendwann mal einen anderen, einen größeren Löffel mit Senf machen, halt bestrafen und irgendwas. Und jetzt muss ich mich auch schon mega beeilen, damit es schon 18.06 Uhr wird. Scheiße, muss gleich los. Gleich die Bahn kriegen, so. Ähm. Oh, nein. Wie schon im Video erwähnt, bei Clash-Pixel muss ich noch ganz kurz in die Schule, ich muss mich noch in die Schule und sowas wegen so einer hässigen Aufführung und so weiter. Egal. Zumindestens. Oh, vielleicht hab ich dann gleich mega am Mundgeruch wegen diesem hässigen Senf. Egal. Alter, das ist viel. Ich mach den ganzen Löffel hier. Oh, das ist nicht so spannend. Das riecht voll lecker eigentlich. Nee, Spaß. So, jetzt. Ich mach den ganzen Löffel hier. Ich mach den ganzen Löffel hier. Alter. 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 Okay. Okay, es war schon heftig. Obwohl ich sagen muss, es war schon heftig, Leute. Es ging sogar eigentlich noch. Es ging sogar eigentlich noch. Das muss ich echt hier zugeben. Und nächstes Mal, wenn wir nochmal sowas machen, mehr Senf, weil es war halt nicht wirklich... Okay, es war schon heftig, aber man kann noch echt noch mehr nehmen. Nein, aber okay. Leute, das war die Bestrafung auf jeden Fall. Das war die Bestrafung auf jeden Fall. Das war die Bestrafung auf jeden Fall. Na gut. Tschau, tschau. 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 Tschau.